Der Westen manipuliert die Ölpreise zu seinem eigenen Vorteil. Der Ölpreis blieb in letzter Zeit erstaunlich günstig und hat auf keinerlei Risiken, etwa den Konflikt im Nahen Osten, die Zinssenkung der Federal Reserve und den Wirbelsturm im Golf von Mexiko reagiert. Erst hunderte Raketen, die auf Israel abgefeuert wurden, konnten die Ölnotierungen schließlich nach oben treiben. Der Ölpreis zeigt sich zurzeit überraschend widerstandsfähig. Am Dienstagmorgen fiel er um 2 Prozent auf fast 70 US-Dollar pro Beryl, ungeachtet des bereits ernsten Konflikts im Nahen Osten, nachdem Israel am Freitag den Hezbollah-Chef Hassan Nasrallah getötet hatte. Erst am Abend änderte sich die Lage. Der Markt konnte nicht nur den Konflikt, sondern auch den Beginn der Feindseligkeiten nicht länger ignorieren. Am Abend stieg der Brentpreis zum ersten Mal seit dem 24. September wieder auf 75 US-Dollar pro Beryl. Die Weltmarktpreise sprangen um mehr als 4 Prozent in die Höhe, nachdem die israelische Armee den Beschuss des Landes mit Raketen aus Iran gemeldet hatte. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit meldete Israel, dass Iran etwa 180 ballistische Raketen auf israelisches Gebiet abgeschossen habe, von denen die meisten von den israelischen Streitkräften abgefangen worden seien. Eigentlich hätten die Ölpreise mindestens seit letzter Woche in die Höhe schnellen müssen, als Israel seine militärischen Angriffe verstärkte, Anführer der Hezbollah und der Hamas im Libanon tötete und Houthi-Zieler im Jemen traf. Die drei Gruppen werden von Iran unterstützt. Doch die Weltmärkte ignorierten die Nachrichten überraschenderweise. Normalerweise genügt so etwas, um die Notierungen steigen zu lassen. Zwischen 10 und 20 Prozent des weltweit geförderten Öls und etwa 20 Prozent des gesamten Flüssiggases LNG werden durch die Straße von Hurmus transportiert. Durch militärische Aktionen im Nahen Osten besteht die Gefahr, dass die Straße von Hurmus blockiert oder von Raketen getroffen und die Durchfahrt von Öl- und Gasschiffen durch diese Verkehrsader unterbrochen wird. Dies würde sofort zu einer Verknappung der Rohstoffe auf dem Weltmarkt führen und die Preise für Öl und LNG in die Höhe treiben. Es ist daher erstaunlich, dass die Märkte auf den Einsatz von bis zu 180 Raketen gewartet haben, um den Preisanstieg auszugleichen und dass sie in all den Tagen der scheinbar zunehmenden Spannungen so ruhig geblieben sind. Die Ölpreise waren in den zurückliegenden Monaten allgemein recht niedrig. Igor Yushkov, Experte an der Finanzuniversität der Regierung der Russischen Föderation und des Nationalen Energiesicherheitsfonds, argumentiert. Es gibt viele verschiedene Ereignisse in der Welt, aber aus irgendeinem Grund nahm der Markt nur die Ereignisse wahr, die den Ölpreis nach unten drückten, aber nicht die, die die Notierungen hätten erhöhen können. Bloomberg und Reuters bauschten nämlich die Meldungen, die den Ölpreis nach unten drückten, auf. Und warum? Ich denke, das ist eine Vorbereitung auf die US-Wahlen. Die westliche Presse ist zumeist auf der Seite der Demokraten, denen es wichtig ist, dass die Ölpreise sinken, denn dann sinken auch die Kraftstoffkosten auf dem US-Binnenmarkt. Und die US-Wähler sind der Meinung, dass die Demokraten gut dastehen, wenn das Benzin billiger wird. Das ist ein Instrument, mit dem man US-Wahlen gewinnen kann. Kamala Harris und Donald Trump liegen den Umfragen zufolge gleich auf. Sodass jedes Mittel für den Kampf wichtig ist. Und die Financial Times veröffentlichte unter Berufung auf Quellen einen merkwürdigen Artikel, wonach Saudi-Arabien beschlossen hat, seine Strategie zu ändern. Angeblich wolle Riad die Produktion nicht mehr drosseln, um die Ölpreise hochzuhalten, sondern nur noch auf die Mengen achten, um keine Marktanteile an Konkurrenten abtreten zu müssen. Angeblich hätten die Saudis einige alternative Finanzierungsmöglichkeiten gefunden, um die Zeit der niedrigen Ölpreise zu überstehen. Für den Markt war dies ein unmittelbares Signal. Wenn die Saudis ihre Produktion nicht mehr drosseln, werden die Preise senken. Daher ist jetzt notwendig, Öl-Futures zu verkaufen, bevor sie noch billiger werden, erklärt Yushkov. Er bezweifelt jedoch, dass Saudi-Arabien in der Lage war, seine Position innerhalb weniger Wochen so drastisch zu ändern. Denn die ursprünglich für Oktober geplante Produktionssteigerung wurde gerade deshalb verschoben, um die Ölpreise anzuheben und einen weiteren Rückgang zu verhindern. Yushkov sagte, Schließlich haben die westlichen Medien auch die Zinssenkung der US-Notenbank nicht zur Kenntnis genommen, obwohl dies bedeutet, dass eine Menge Geld an die Rohstoffbörsen fließt und für den Kauf von Öl-Futures ausgegeben wird. In den Jahren 2008 und 2009 zum Beispiel, als die US-Notenbank die Zinsen extrem niedrig ansetzte, stiegen die Ölpreise auf über 100 US-Dollar pro Bäril. Doch dieses Mal hat niemand etwas bemerkt. Die westliche Presse wird jedoch nicht müde zu wiederholen, dass sich die wirtschaftliche Lage in China verschlechtere und das Land deshalb weniger Rohstoffe verbrauchen werde. Ich denke daher, dass es eine politische Geschichte der Marktmanipulation war, um die Ölpreise zu drücken. Die Tatsache, dass der Markt die von Iran abgeschossenen Raketen nicht ignorieren konnte, wird den USA und den Demokraten sicherlich nicht gefallen. Angesichts des starken politischen Einflusses ist es recht schwierig, die Ölpreise vorherzusagen. Der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak äußerte sich jedoch am 30. September zuversichtlich, dass die Ölpreise wieder auf etwa 80 US-Dollar pro Bäril steigen werden. Er sagte, Ich sehe kein Problem darin, dass die Preise in den vergangenen Wochen unbeständig waren. Das ist immer so, das passiert in jeder Periode. Ich bin sicher, dass sie sich wieder normalisieren werden. Auch Nowak betonte, dass die Preise schwer vorherzusagen seien, erinnerte aber an das OPEC-Plus-Abkommen, das in Kraft sei. Es könne in einigen Parametern über das Jahr 2025 hinaus verlängert werden, wenn die Lage auf dem globalen Ölmarkt dies erfordert. Nowak sieht die OPEC-Plus als ein wirksames Instrument an, das dazu beiträgt, die Volatilität auf dem Markt auszugleichen. Gäbe es kein OPEC-Plus-Abkommen, würden wir sehr starke Schwankungen auf dem Markt erleben. Es sei durchaus möglich, dass der Ölpreis zu 80 US-Dollar pro Bäril zurückkehrt, stimmt Jushkov zu. Wladimir Tschernow, Analyst bei Freedom Finance Global, meint. Wir werden das Jahr 2024 in einem Bereich von 75 bis 85 US-Dollar pro Bäril der Sorte Brent beenden. Und im Jahr 2025 konnten die Brent-Notierungen durchaus auf 90 US-Dollar steigen, da sich die Weltwirtschaft im Zuge der Lockerung der Geldpolitik der Weltzentralbank zu beschleunigen beginnt, was bedeutet, dass die Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen steigen wird. Tschernow zufolge werde Russland gegebenenfalls die Ölproduktion oder die Exportmengen um den Dezember herum reduzieren, um die Weltmarktpreise für das schwarze Gold aufrecht zu erhalten, da dies in erster Linie in russischem Interesse sei. Der Experte Igor Jushkov schätzt, Ich denke, dass der Ölpreis nach den Wahlen in den USA im November nicht mehr unter politischem Druck stehen und wieder steigen wird. Wenn er auf ein Niveau über 80 US-Dollar pro Bäril steigt, wird die OPEC Plus ein oder zwei Monate später beschließen, die Produktion weiter zu erhöhen, was den Ölpreis unter 80 US-Dollar drücken könnte. In neuer Zukunft werden wir wahrscheinlich keine stabilen Preise sehen. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, um auf dem Laufenden zu bleiben, abonnieren Sie bitte unseren Telegram-Kanal. So können Sie unsere Veröffentlichungen verfolgen und dort Ihre Kommentare hinterlassen. Ihre Meinung ist uns wichtig.